Die Ameise und die Grille Eines Tages ging eine Ameise und eine Grille gemeinsam des Weges. Sie kamen an einen Fluss und die Grille sagte, Ameise, meine Freundin, ich kann über den Fluss hinüberspringen. Wie steht es mit dir? Das kann ich sicher auch, antwortete die Ameise. Sofort sprang die Grille und hatte Erfolg. Auch die Ameise versuchte es, glitt aber aus und fiel ins Wasser. Hilf mir, Grille, zieh mich an einem Seil heraus, rief sie ängstlich. Die Grille lief davon und suchte ein Seil. Da traf sie das Schwein und sie sagte, Bruder Schwein, hilf mir bitte, gib mir ein paar von deinen Borsten, damit ich ein Seil machen kann, um der Ameise, die im Fluss gefallen ist, zu helfen. Das Schwein antwortete, gib mir erst eine Kokosnuss, Dann werde ich dir viele meiner Borsten geben. Schnell lief die Grille davon und suchte die Kokospalme. Sie sagt, Hi, Kokospalme, hilf mir, bitte, gib mir eine von deinen Nüssen, damit ich sie dem Schwein geben kann, damit er mir von seinen Borsten gibt, damit ich ein Seil machen kann, um der Ameise, die ins Wasser gefallen ist, zu helfen. Vertreibe erst die Grille, die sich hier niedergesetzt hat und meine Blätter belastet. Dann werde ich dir eine Kokosnuss geben, antwortete die Palme. Grille, willst du bitte die Kokospalme verlassen, damit sie mir eine Nuss gibt, die ich dem Schwein geben kann, damit das Schwein mir von seinen Borsten gibt, aus denen ich ein Seil machen will, um der ins Wasser gefallenen Ameise zu helfen? Und was antwortete die Krähe? Ich werde weggehen, vorausgesetzt, du gibst mir ein Ei, antwortete sie. Die Grille lief davon und suchte das Huhn auf und erbat von ihm ein Ei. Aber das Huhn antwortete, bring mir ein paar Körner Reis und Mais, dann werde ich dir ein Ei geben. Schnell eilte die Grille zu dem Vorratsspeicher und erbat ein paar Körner Reis und Mais. Der Vorratsspeicher antwortete, vertreibe erst die Ratte, die sich in meinem Inneren eingenistet hat, dann werde ich dir Reis und Mais geben. Die Ratte wollte nur unter der Bedingung fortgehen, dass sie zuerst Kuhmilch bekam. Da ging die Grille zu der Kuh und bat sie um etwas Milch. Die Kuh antwortete, gib mir ein Bündel Alang-Alang, dann werde ich dir ein Becher frischer Milch geben. Schnell ging die Grille auf die Wiese, schnitt Alang-Alang, und nachdem sie es gebündelt hatte, gab sie es der Kuh. Von der Kuh bekam sie frische Milch und die gab sie der Ratte. Die Ratte nahm die Milch und verließ den Vorratsspeicher. Von dem Vorratsspeicher bekamen die Grille einige Körner Reis und Mais, die sie gleich dem Huhn gab. Das Huhn gab ihr ein Ei, das sie schnell der Krähe gab. Die Krähe nahm das Ei und flog weg von der Kokospalme. Von der Kokospalme bekam die Grille eine Nuss, die sie schnell dem Schwein gab. Und von dem Schwein bekam sie einige Borsten. Als die Grille die Borsten bekommen hatte, wandte sie sie gleich zu einem Seil. Schnell half sie der Ameise, warf das eine Ende des Seils in den Fluss und hielt das andere fest. Die Ameise kletterte auf das Seil und gelangte wohlbehalten wieder ans Ufer. Hab Dank, Grille, meine Freundin, sagte die Ameise erfreut. Aber bitte, erwiderte die Grille lächelnd, Freunde müssen einander helfen.